Hi Leute, ich nehme jetzt ein Video auf Nicht-Lachen-Challenge. Es wird geil. Wie das Ende von meiner ersten Fahrtkunde aussieht. You gotta be fresh alive. That's all I need in my hand. Yeah. Was ist denn da los? Volkswagen, das Atem. Jo Bro, mach mal Saiten auf Cheatles, bitte. Brother, no, 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 man. Oh, man. Malakila. Oh, das ist... Hey, where you go? Oh, oh. Wie ich mich fühle, nachdem mein Crash mich angeschaut hat. Wieso ist sie so ehrenlos? Oh? Stop the ball! Hey, help me! Jede Englisch-Listening-Aufgabe in der Schule. Listening, Part 1. For questions 1 to 8, choose the best answer. A, B, or C. One. On a train... Dieser eine Freund, der plötzlich zum Bodybuilder werden möchte. Why you got that wig on? You don't look like Michael. You look like Mikael. Oh my God, this is the tiniest little wiener I've ever seen. It's so... That's... That's pretty average. I don't... I don't know what you're... That's normal size. Normaler Tag in Ohio will be like... Bro, it's so windy. Oh, man. Die Schuhe mit rein, sonst werden sie geklaut. Wer bei diesem Klipp lacht, ist offiziell gottlos. Go for it. What did you wish for? Legs? What do you fucking think I wished for? Jede Fliege ohne Sinn. Out! I have all wives and children. Please, God, please let me out. Please, please, oh please, God, just let me out. Get me out of here, I'm in it. It's open right there. Also, ich würde jetzt sagen, wir beenden das Video. Ja, abonniert und zweit.